Also ich weiß nicht, ob das jetzt so ein wöchentliches Ding wird, ich hoffe aber darauf, denn ich hatte schon wieder recht. Letzte Woche habe ich euch Stable Code vorgestellt, falls ihr euch erinnert, das war ein Large Language Model von Stability AI, das Code produziert basierend auf einer Eingabe. Also ich kann zum Beispiel schreiben, schreibt mir eine Python-Funktion, die das und das tut und ich bekomme diese Python-Funktion, zumindest in der Theorie. Das Ganze hat aber noch so seine Mängel, sag ich mal, denn Stability AI hat das auf einem nicht ganz so großen Large Language Model trainiert, dadurch waren natürlich mehr Fehler drin und im Endeffekt war dann GPT-4 doch besser. Aber ich habe dort gesagt, es ist auf jeden Fall genau das, in das sich die Open Source Large Language Models hin entwickeln müssen und werden. Wir hatten Lama zum Beispiel uns angeguckt, das Ding von Meta, das sie jetzt in der zweiten Version rausgebracht haben, was wirklich, wirklich gut ist. Und das produziert alles. Das will alles können, das will Artikel schreiben, das will Zusammenfassungen schreiben und so weiter und so fort. Eigentlich recht ähnlich, wie das bei GPT-4 der Fall ist. Das Problem dabei ist aber, Lama muss bei euch auf eurem Rechner laufen und hat dementsprechend sehr viel weniger Rechenleistung zur Verfügung als jetzt in GPT-4. Und gleichzeitig muss es genauso viele Informationen speichern wie GPT-4 oder GPT-5, um mithalten zu können. Hat aber sehr viel weniger Parameter, weil es auf eine normale Grafikkarte passen muss, wie meine da unten. So, und dann habe ich gesagt, okay, das wird so sich wahrscheinlich nicht durchsetzen können, zumindest aktuell noch nicht mit der Hardware, die wir haben. Wir müssen noch ein bisschen warten oder wir feintunen die jeweiligen Modelle auf einem speziellen Anwendungsfile. Stability AI hat gesagt, wir nehmen Code als Anwendungsfile und ich habe letztes Mal gesagt, das ist ein bisschen too much, was ihr da verlangt. Deswegen habe ich jetzt das hier für euch mitgebracht. Das ist NSQL und man könnte meinen, es hat was mit NoSQL zu tun, aber naja, NoSQL war schon vorhanden. Also deswegen ein Large Language Model, das wirklich nur SQL ausspucken kann. Und auch das habe ich ein bisschen predicted, das wurde auf Lama trainiert. Lama 2, um genau zu sein. Und hat alles, was wir brauchen. So, damit können wir jetzt also zumindest in der Theorie, wir gucken uns gleich an, wie wir das Ding benutzen können. Aber wir können in der Theorie das Ding bei uns lokal laufen. Das ist komplett ohne Internetzugang. Komplett ohne, dass irgendjemand was davon mitbekommt. Das ist sehr wertvoll. Gleichzeitig können wir es aber auch natürlich anpassen. Und darauf möchte ich speziell bei diesem Modell gleich noch ein bisschen eingehen. Allerdings kommt das noch. Und gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, das steht hier drin, dass wir das Ganze als Organisation benutzen dürfen. Denn Lama 2 wurde von Meta auch für kommerzielle Zwecke freigegeben, falls ihr euch erinnert. Das war ja der große Aufreger bei Lama 2, dass wir ein Large Language Model jetzt auch offiziell im Unternehmen benutzen dürfen, ohne Probleme zu haben. Bei GBT4 geht das auch, aber dann brauchen wir die API im Hintergrund. Und immer ein bisschen schwierig. So, dazu übrigens noch wann anders ein anderes Video. Aber das mache ich jetzt nicht hier. So, das heißt, was wir hier jetzt haben von Number Station AI, wir haben ein Large Language Model, das eigentlich Text-to-SQL baut, wenn man so möchte. Und das trainiert wurde auf dem Lama-Modell mit diesen ganzen Datensätzen. Und das finde ich ziemlich cool. Die sind nämlich tatsächlich alle, wobei hier ist keine License dabei, Leute. Naja, egal. Hier haben wir auf jeden Fall die Datasets. Das heißt, wir können das auch nachvollziehen, was hier passiert ist. Und ja, wir haben im Endeffekt einen Text-to-SQL, das laut den Schreibern des Papers alle anderen Modelle outperformt. Zumindest alle Open-Source-Modelle. Und diese Modelle hier sind eben diese NSQL-Modelle, die halt wirklich nur auf SQL getestet wurden. Und was mich jetzt fasziniert hat, wir haben 0,636 während, also auf dem 6B, also auf dem 6 Milliarden Netz. Das ist das Größte, was Sie hier drin betrachten. Hier drüben finde ich aber noch ein 7B-Netz, das auf Lama 2 trainiert wurde. Das ist, glaube ich, noch ein älterer Artikel. Und das 6B-Netz kommt von der Qualität her an GPT-3.5 dran. Und das finde ich sehr, sehr vielversprechend, was eigentlich auch schon zeigt, okay, es geht in eine Richtung, wo kleine Netze zwar sehr spezifische Anwendungsfälle haben, aber dann doch mit so riesigen Dingern wie GPT-4 mithalten können. Klar, GPT-4 kann auch deutlich mehr, aber das kann ich hier eben auch so anpassen und lokal bei mir laufen lassen. Gut, ohne weiteres drumherum, ich gebe euch mal kurz den Hugging-Face-Link. Das ist Numbers Station NISQL, in meinem Fall Lama 2.7B. Wir können uns aber einmal ganz kurz angucken, welche Models, die hier insgesamt zur Verfügung haben. Einmal haben wir hier das 6B-Netz, falls das bei euch besser funktioniert. Dann haben wir das 2B und das kleine 350M, also Millionenparameter. Und übrigens, die sind vom 4. Juli. Und das hier ist auch vor 22 Tagen gewesen. Ich habe das nicht mitbekommen, leider. Ihr müsst mir sowas schicken, wenn ihr das bekommt, okay? Also das ist jetzt auf Lama 2.7B gewesen. Und hier unten haben wir schon einigen Code. Und den können wir einfach eins zu eins ausführen. Ich habe das hier mal gemacht, das lädt aber offensichtlich noch. Während das jetzt also alles noch lädt, will ich euch ganz kurz da durchführen. Ihr müsst nichts runterladen. Diese ganzen Models, also in dem Fall, das ist wirklich eine Library. Also Transformers ist die Library von Hugging-Face. Und die sagen einfach, hey, wenn du From-Pretrained benutzt, dann nimmt es einfach Number Station NSQL Lama 2.7B. Von Hugging-Face lädt das Modell runter, beziehungsweise alle Models, die wir brauchen. Und dann können wir hier oben auf Files und Versions klicken und sehen, was dann runtergeladen wird. Nämlich drei PyTorch-Modelle. Was wirklich lange dauert übrigens. Und die werden dann zwischengespeichert in diesem wunderschönen Verzeichnis, falls ihr irgendwann mal wieder Platz braucht. Weil die Dinger werden allmählich groß bei mir. Ich habe mal geguckt, das sind 90 GB mittlerweile, die ich hier drin habe und ich räume regelmäßig auf. Also unter eurem Home-Ordner in Cache und dann Hugging-Face, Hub, Models, bla bla bla. Da werden die alle drin gespeichert und hier werden sie dann auch von geladen. Und die könnt ihr dann auch mit den Dingen rumspielen, also zum Beispiel eben Snapshots euch mal angucken, etc. Genau, also das wäre so die Art und Weise, wo die gespeichert werden. Und jetzt schauen wir uns mal kurz das Prompt an. Also die Input-IDs werden hier generiert, indem wir den Tokenizer über den Text laufen lassen. Das ist das Ding hier. Und anschließend hier die Input-IDs bauen und die ins Modell geben und neue maximal 500 Tokens generieren. So, jetzt, was ist das für ein Text? Nun, das ist das, was ich sehr spannend fand. Der Text sagt einfach, wir bauen uns die ganzen Tabellen. Also das ist quasi die Definition von meinen Tabellen, die ich alle miteinander, ja, die ich natürlich alle irgendwie habe. Das ist eigentlich bloß die Tabellendefinition. Und mit dem Create würde ich sie theoretisch bauen, aber in dem Fall habe ich sie ja eigentlich schon. Ich möchte mir ja ein SQL-Statement bauen lassen aus einer Anfrage, wie zum Beispiel, ähm, was war die Anfrage hier? Hier, what is the maximum, the average and the minimum capacity of stadiums? So, und dann brauche ich natürlich diese Tabellen. Ich kann da aber meine ganze komplette Datenbank als Eingabe reingeben und sagen, okay, schau mal, das sind alle Tabellen, die ich habe. Mach mal SQLite da draus und dann gib mir eine Ausgabe. Und dann sage ich hier einfach nur direkt Select, bla bla bla. So, mit dem Select, warum mache ich das? Also jetzt mal kurz Prompt Engineering Exkurs hier. Das Select benutzt man hier, ähm, weil wir dadurch schon quasi sagen, okay, jetzt kannst du hier direkt einfach hinten dran schreiben, dass es, oder was danach kommen soll. Also, es wird nicht irgendwie gesagt, das, was ChatGBT hier häufig macht, dass er euch eine Erklärung gibt oder sowas. Das wollen wir hier explizit nicht haben, sondern, darin ist es nämlich komplett schlecht, das Modell, sondern wir wollen einfach nur das SQL-Statement haben. Und das startet normalerweise in unserem Fall jetzt mit Select. Deswegen funktioniert das ganz gut. So, ähm, und ja, hier unten haben wir noch mehr Beispiele. Also, klar, ihr müsst nicht alle Tabellen eingeben, aber es funktioniert auch trotzdem ganz gut. Ihr könnt auch komplexere Tabellen haben, ähm, die dann eben so aussehen und so weiter und so fort. Ihr könnt aber auch, und das finde ich einen spannenden Ansatz, wenn ihr natürlich zu viele, ähm, Tabellen habt, die hier nicht alle reinpassen. Das passiert ja in Unternehmen gelegentlich mal und auch nicht wisst, welche davon vielleicht für euch relevant sind. Dann könntet ihr theoretisch, nur so als Gedankenanregung, dieses Modell feintunen, dass es das hier weiß. Das ist die, das Tabellenlayout eurer Tabellen eigentlich kennt. Und dann muss man hier nicht mehr irgendwie was machen. Aber das ist sehr, sehr advanced und sehr, sehr corporate. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich private Projekte oder auch kleinere Website-Projekte, werdet ihr wahrscheinlich mit diesen Tabellen hier komplett alles abdecken können. Also, ich glaube nicht, dass ihr damit die Eingabegröße sprengt. Um euch mal so eine Idee zu geben, ja, das Ding hier ist jetzt auf Lama 2.7b trainiert. Ähm, Lama 2 gibt es auch in 70b, das heißt 70 Milliarden Parameter. Dadurch wird es natürlich deutlich größer, braucht auch deutlich länger zum Ausführen. Aber kann auch deutlich mehr Informationen zwischenspeichern. Und ich hoffe, dass wir so eine Version von diesem Netz noch relativ bald bekommen. Ähm, deswegen werde ich das auch ein bisschen im Auge behalten. Das 70b-Netz, weiß ich aber zum Beispiel, hat die Möglichkeit, 4096 Tokens zu nehmen von euch. Das heißt, eure Eingabe darf 4000 Tokens lang sein, ungefähr. Und das ist eine Eingabe, die 200 Tokens lang ist. Also, ganz grob gesagt, ne. Das hier sind 200 Tokens. Also, ein Zwanzigstel von dem, was ihr da reinpacken könnt. Ich glaube also, mit diesen Create Tables hier oben, die allermeisten von euch werden alle Tabellen, die irgendwie bei ihnen vorkommen, da reinpacken können. Das ist das alles. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen. So, und ja, natürlich, das hier ist eigentlich von OpenAI und das ist nur eine grobe Referenz. Aber es ist eben Open Source. Man kann es leicht benutzen. Deswegen nehme ich immer ganz gerne den Tokenizer hier. Nur so als eben eine Schätzung. Also, man weiß es nicht. Dann werdet ihr auch irgendwann merken, hey, es ist zu lang und dann funktioniert es nicht. So, und da haben wir auch unsere Ausgabe. Es hat übrigens so lange gedauert. Ich habe mir gerade kurz überlegt, ob ich es neu installieren soll oder ob ich alles löschen muss, was ich hier gemacht habe. Also, es hat wirklich lange gedauert. Ich habe einen Kaffee zwischendurch getrunken und die Klimaanlage angemacht. Also, ne? Genau. Also, wir haben hier immer noch dieselbe Ausgabe, die wir natürlich als Eingabe gegeben haben. Plus das hier natürlich. Und anschließend kommt Select Max von Capacity, Average Capacity, Min Capacity from Stadium. Und das ist korrekt. Also, das ist richtig. Das heißt, das Ding hier kann SQL. Das ist jetzt eine relativ einfache Query gewesen, ohne Join, ohne irgendwelche komplexen Sachen. So, nach etwa 40 Minuten kann ich nur sagen, es ist fertig. Und es hat echt ewig gedauert. Ich werde mich mal ausblenden, damit wir dieses SQL hier auch, wir können es eh nicht richtig sehen. Wir müssen das hier eh extra hinmachen. So, das ist die Ausgabe hier. Ich habe dasselbe mal mit JetGPT bauen lassen, also mit GPT-4-Code-Interpreter wohl gemerkt. Das ist ja ein anderes Modell als das normale, beziehungsweise vermutlich, man weiß es ja nicht so genau. Und diesmal ist die Aufgabe auch deutlich komplexer geworden, um euch mal zu zeigen, wie das so ein bisschen aussehen kann. Wir haben hier einmal die Tabelle Autoren, Bücher. Dann haben wir Libraries, wir haben auch Primary Keys, wir haben Dates, wir haben References, wir haben Foreign Keys, wir haben und so weiter und so fort. Ist halt eine richtige Tabelle in dem Fall. Und unsere Frage ist, welcher Autor, also which author has the most books in the Libraries? Das heißt, welcher Autor hat auf diesen ganzen Tabellen eigentlich die meisten Bücher? Das Problem ist, bei den Büchern steht natürlich nicht einfach der Autor dabei, wie man es halt nicht machen würde. Also macht man ja auch in der Praxis nicht so, sondern die Autoren haben ihre eigene Tabelle, die mit einer Number, theoretisch würde man sie ID nennen, aber in dem Fall wurde es einfach Number genannt, I don't know why, mit als Primary Key identifiziert werden. Und jedes Buch wiederum hat seinen eigenen Autor, der mit ID, beziehungsweise Number hier definiert wurde und darüber referenziert man den. So, und jetzt muss man natürlich gucken, welcher Autor hat die meisten Bücher in den Bibliotheken, sprich wir müssen durch alle Bibliotheken durchgehen, alle Bücher in Bibliotheken finden und dann theoretisch darüber den Autor rausholen. Das ist eine ziemlich komplexe Challenge tatsächlich. Und hier wird gesagt, hol dir die Autor-ID, um die am Ende auszugeben und zwar aus Tabelle 1. Allerdings joine Bücher als Tabelle 2 auf Tabelle 1 mit Autor-ID ist gleich Tabelle 2, also die von den Büchern Autor-ID und joine Books in Libraries als Tabelle 3, dort wo Buch-ID von Tabelle 2 und Buch-ID von Tabelle 3 ist. Und dann gruppiere das Ganze nach T1-Author-ID, also quasi gruppiert, ne, und dann eben noch sortieren. So, ChatGPT geht hier in einen ähnlichen Ansatz, sag ich mal. Das heißt, welcher Autor ist ja eigentlich immer nur einer, deswegen Limit 1 haben beide. Die geben einfach nur den einen Autor zurück, der die meisten Bücher hat. Das ist schon mal ganz gut, beide machen das. Ähm, und wir haben hier eigentlich relativ ähnliche, ähm, Ideen, sag ich mal. Hier werden die Buch-IDs gezählt und dann als Number of Books, also die Anzahl an Büchern, äh, gelistet und dann eben danach sortiert. Während hier drüben wird nach T1-Author-ID Order by Count sortiert, was eigentlich auch funktionieren sollte. Ich hab das jetzt nicht debugged, das ist straight die Ausgabe, ja, von beiden einfach. Und ihr könnt mir gerne mal sagen, was da, ähm, was da für euch die bessere Variante ist. Ich persönlich mag natürlich die Formatierung hiervon nicht, ähm, weil ich das selber formatieren musste. Aber das kriegt, jeder Code-Editor kriegt das sofort hin. Während wir es hier halt direkt schön haben, macht aber eigentlich keinen großen Unterschied. So, und hier haben wir auch Join Books, dort wo Autor-ID ist. Und Join Books in Libraries auf Tabelle 3, ähm, und zwar genauso wie hier. Also eigentlich sind beide Lösungen zumindest auf den ersten Blick von mir, ohne das jetzt wirklich komplett durchdacht zu haben. Bitte verzeiht mir, falls ich hier einen kleinen Fehler gemacht habe. Sehen beide Lösungen von mir, ähm, von den, ähm, Tools ziemlich gleich aus. Und das hier finde ich vielleicht noch ein bisschen besser, weil wir hier eben auch den Count bekommen. Und wir bekommen die Auto-ID und den First Name und den Last Name. Aber laut Aufgabenstellung und dies am Ende alles, was zählt, war das nicht gefragt. Und das kann man auch noch leicht im Nachhinein ergänzen. Also ich würde sagen, NSQL hat die Chance, mit GPT-4 mithalten zu können. Und das ist krass. Allerdings haben wir ein großes Problem. Ich brauche für so eine Anfrage 40 Minuten, bis sie ausgewertet wird. Wahrscheinlich habe ich irgendwelche Optimizers nicht installiert, aber ChatGPT ist halt in ein paar Sekunden fertig damit. So, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich das so durchsetzen kann, dass wir das lokal bei uns laufen lassen. Oder ob am Ende eben doch irgendjemand für uns diese Modelle hostet, sich um die Administration, die Verwaltung und so weiter kümmert. Und uns einfach nur das Ganze per API gibt. Und dann sind wir in einem relativ ähnlichen Modell wie bei ChatGPT. Und halt größere Firmen können das lokal bei sich hosten. Ja, was ihr dazu meint, könnt ihr mir gerne mal sagen. Aber aktuell muss ich sagen, Consumer Hardware ist halt einfach zu schwach. Ja, was ihr dazu meint, könnt ihr mir gerne mal sagen.